Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe noch ein uralt Bad Company 1 Gameplay bei mir auf der Festplatte gefunden und ich habe mir gedacht, komm, haust du das mal in ein Video rein, erzählst mal was, was dir so durch den Kopf gegangen ist und zwar gibt es für euch persönlich ein Spiel, wo ihr richtig Schiss dabei hattet, also wo ihr richtig Schiss dabei gekriegt habt, als ihr das gespielt habt. Ja, und klar, viele Leute werden jetzt mit so Dingen wie Slender oder sowas ankommen, da muss ich auch nochmal kurz was dazu sagen, ich kann ja nachvollziehen, dass man sich vielleicht beim ersten Mal durchspielen, dass man da sich erschreckt und sonst was, wenn man es noch nicht gesehen hat vorher, wobei, das mit dem noch nicht gesehen ist echt schwierig, das war ja der totale Hype auf YouTube, ja, es gab keiner, das noch nicht gesehen hat und es haben auch halt ganz viele Leute Fake-Videos gemacht, wo es halt so getan haben, als hätten sie sich erschreckt, denn mir kann keiner mehr erzählen, dass man das nach dem 20. Mal spielen sich immer noch bei der gleichen Sache erschreckt. Und was ich halt total affig gefunden habe, sind diese Videos hier mit Facecam, war ja alles mit Facecam, alle Slender-Videos Facecam und die sind dann herumgestellt, die Leute, oh Leute, ich habe so Angst, der ist hier irgendwo so, boah, nein, oh, weil ihr kennt ja diese Videos, gibt es genug Beispiele im englischsprachigen Raum, im deutschsprachigen Raum, wo ich mir sehr sicher bin, dass diese Sache einfach nur total gefakt ist, aber ich meine klar, ja, den Leuten hat es gefallen und es kamen ja manche Leute dann tatsächlich zum Anlass genommen, diesen Slender-Hype auch noch alle anderen Spiele, die so ähnlich sind, zu zeigen und sich da auch Fake zu erschrecken. Ja, man muss wirklich sagen, Fake zu erschrecken, denn man merkt es irgendwie, dass es einfach nur bei, ich sag mal, 99% der Leute ein totaler Fake war. Ja, und die Slender-Klonspiele waren ja noch schlechter und da konnte man sich ja noch weniger bei erschrecken. Und jetzt aber mal im Ernst, gab es wirklich Spiele für euch, wo ihr euch echt bei erschreckt habt, beziehungsweise, erschrecken ist eigentlich das falsche Wort, man, Schockeffekte in Spielen gibt es genug Spiele mit Schockeffekten, was weiß ich, Dead Space 1, da ging es auch laufend ab, sondern wo ihr richtig Schiss dabei hattet und es gab bei mir eigentlich nur ein Spiel, wo ich richtig Schiss dabei hatte und das Lustige ist, das ist überhaupt kein Horrorspiel oder sowas gewesen, das war eigentlich was, ähm, ja, noch nicht mal irgendwie was, wo man sagen wird, hier irgendwie 18 plus oder so, das war eigentlich was furchtbar hahnloses, ähm, da war ich aber auch irgendwie 14 oder so, muss das gewesen sein in dem Dreh, aber erst auch mal ein paar andere Sachen, also Spiele beispielsweise wie 4-1, wohlgemerkt 1, ich glaube Teil 3 gab es jetzt ja auch letztens irgendwann, dann vergesst es einfach mal, 2 und 3, aber 4-1 war echt gut, ähm, und ich muss sagen, ich fand da gar nicht so die Szenen mit dem kleinen Mädchen irgendwie, die haben mich gar nicht so sehr geschockt, aber generell die Atmosphäre, vor allem gegen Ende hin, ähm, und vor allem, wo man dann den, seinen, äh, ja gut, ich kann jetzt spoilern, ja, den Hauptgegner halt erschossen hat und so, das war schon echt gut gemacht und das hatte auch ein paar coole Effekte, wo ich gesagt habe, hey, da konnte man sich jetzt echt erschrecken, aber so im Großen und Ganzen ist das kein Spiel, wo ich gesagt habe, hey, da hatte ich so richtig Schiss dabei, und auch Dead Space 1 zum Beispiel, war auch super, war auch super, es gibt Leute, die sagen, und kann ich irgendwie auch teilweise nachvollziehen, so hey, man wusste ja schon, man läuft jetzt den Gang lang, dann kommt dann irgendwas von der Seite und so, war so ähnlich wie bei Doom 3 oder so, aber nee, ich fand Dead Space 1, wohlgemerkt 1 mit 2 und 3 konnte ich auch persönlich nicht mehr so viel anfangen, ähm, hat das schon wohl dosiert alles eingesetzt, das war nicht gar so sehr übertrieben, also man konnte nicht, wie beispielsweise bei Doom 3, jetzt dachte ich, hey, ich mach jetzt die Tür auf, da kommt jetzt der Gegner auf mich zugesprungen, das war dann nicht ganz so wild, das war schon echt nicht schlecht gemacht, und, aber so wirklich Schiss hatte ich dabei nicht, und, und ihr werdet jetzt lachen, wisst ihr, was das einzige Spiel war, wo ich richtig Schiss dabei hatte, wo ich auch richtig Angst hatte, manchmal weiter zu spielen, und manche Leute werden jetzt sagen, ja, das ist Schwachsinn, ja, das ist ja ein volles Kindergame oder so, nein, das war The Legend of Zelda Majora's Mask für den N64, da hatte ich richtig Angst dabei, weiterzuspielen bei manchen Stellen, ich kann mir das aus heutiger Sicht nicht so, nicht mehr wirklich so erklären, warum das eigentlich so gewesen ist, und, ich muss ja sagen, das Spiel ist, äh, ein bisschen unterbewertet, äh, in der ganzen Reihe, es wurde auch ein bisschen, könnte man vielleicht sagen, mit heißer Nadel gestrickt, ich meine, das wurde innerhalb von, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so, wirklich, äh, programmiert, Design hergestellt, ähm, sammelt auch sehr viel von Ocarina of Time übernommen, allerdings muss man sagen, es ist mit Abstand, auch wenn man jetzt Twilight Princess anguckt, das ist mit Abstand düsterste und aussichtslose Zelda-Spiel, was es gibt, ähm, schade, dass es nicht viele Leute gespielt haben, viele Leute gab's, gab's damals noch gar nicht, ähm, na doch, gegeben schon, aber bestimmt noch nicht an, äh, N64-Spielen gedacht, aber es hat halt auch diese N64-Erweiterung vorausgesetzt, die nicht viele hatten, und es, es, es war, es ist mit das unbekannteste Zelda-Spiel eigentlich, oder viele Leute kennen's vom Namen her, haben's aber nie selbst gespielt, und man muss sagen, es ist irgendwie das einzige Spiel, wo ich richtig Schiss dabei hatte, ähm, also, wo, wo ich unglaublich Schiss davor hatte, ist der Endgegner, das weiß ich noch, ähm, ihr könnt euch ja vielleicht mal ein Video angucken, ich weiß auch nicht, das war weder dunkel, noch war das irgendwie auf besonders Horror gemacht, oder so, aber diese Maske mit den Beinen dran, zum Beispiel, hatte ich unglaublich Schiss vor, ähm, auch diese eine Mission mit, äh, wo man nachts die Aliens, also übrigens das einzige Zelda-Spiel, das mir irgendwie einfällt, wo Aliens drin vorkommen, ähm, wo man die Aliens auf der Farm abschießen musste, und sowas, das waren Sachen ohne Scheiß, ich wollte das teilweise gar nicht mehr spielen, und dazu kommt natürlich noch, dass immer, wenn man an den Himmel geguckt hat, einer Mond angegrinst hat, der kurz davor war, auf die Erde zu fallen, also das Game, das war schon echt gut gemacht, und ich find's ein bisschen doof, dass sie sich dafür entschieden haben, jetzt, äh, Wind Waker zu remaken. Hätte ich gesagt, mir persönlich hat's besser gefallen, sie hätten Majora's Mask neu aufgelegt, für die Wii U, das wär für mich echt ein Grund gewesen, die Wii U zu kaufen, ich wär mir wahrscheinlich, wenn Wind Waker HD rauskommt, auch eine Wii U kaufen, denn Wind Waker hab ich nie richtig gespielt, das ging irgendwie auch an mir vorbei, weil ich hatte einfach schlicht und krallend kein Gamecube zu der damaligen Zeit, ähm, und da bin ich aber, da bin ich wirklich mal gespannt drauf, aber ich hätt es echt gehofft, dass sie statt Wind Waker Majora's Mask nehmen und neu auflegen, denn das war wirklich ein Spiel, ich hab selten ein Spiel gesehen mit, mit dieser Atmosphäre, und obwohl es halt nicht absichtlich so auf, auf Grusel-Horror-Sachen gemacht war, ich mein, ihr kennt ja Spiele, wo schon absichtlich so von Anfang an, oder alle generell Sachen, wo von Anfang an so auf, wir machen jetzt auf Horror gelegt wird, wo es einfach nicht zündet, ja, ich mein, die Gegner mögen zwar super Monster, grausam aussehen, es spritzt viel Blut und sonst was, aber wirklich, das Spiel hat mir auch gezeigt, so im Nachhinein jetzt, dass es um wirklich Schiss, und, 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 dass es einem wirklich, ähm, dass es wirklich Atmosphäre vermittelt, und dass man wirklich, äh, shit, dass man wirklich, wie soll ich das sagen, es, es kommt nicht auf Blutspritzen an, es kommt nicht auf besonders grausame Monster an, ähm, es muss einen einfach so mitnehmen, dass man sagt, hey, ich hab Angst, da um die Ecke zu gehen, oder ich hab jetzt das zu machen, und irgendwie hat's das bei mir. Ja, viel, ich weiß, viele Leute werden's nicht nachvollziehen können, aber es gab da echt so ein paar Stellen, ähm, vor allem dieses ganze Totenreich und sowas, was es da auch noch gab, und, also ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu spielen, ähm, viele Leute haben nur Ocarina of Time gespielt, mit Shorra's Mask nie, und ich kann's euch echt nur empfehlen, ähm, das gibt's, glaub ich, mittlerweile, auch wenn ihr Wii habt, äh, für die Virtual-Konsole da drauf, holt's euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass es für mich das beste Zelda ist, das kann ich eh schwierig sagen, ich fand auch Skyward Sword, das letzte, ziemlich gut, und das hat, äh, relativ viel Kritik einstecken müssen, es hat ein paar Probleme gehabt, ja, klar, beispielsweise, dass man, wenn man ein Item aufgehoben hat, da, egal wie klein und beschissen das Item war, hey, ich hab einen Rupee gefunden, jawohl, dididididid, ähm, das war halt schon ein bisschen nervig, muss man schon zugeben, aber ich kann nicht sagen, was das Beste ist, aber von der Atmosphäre eindeutig das Beste ist für mich mit Shorra's Mask, und wer's gespielt hat, kann ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ähm, wie das da bei euch war, und es ging ja nicht nur darum, dass, ähm, das an sich von der Atmosphäre und allem irgendwie sehr spannend gemacht war, nein, das war auch, ich glaube, das einzige Spiel, ähm, was, was mit, also mit Zeitlimit, was mir gefallen hat, wobei, Zeitlimit, naja, das wurde dem Spiel oft angekreidet, war's ja eigentlich gar nicht, ja, also man musste nicht, ähm, quasi sterben, wenn dann irgendwie die Zeit abgelaufen ist, man konnte einfach dann Ocarina rausholen, spielen, und dann ging's wieder los, aber, das hat ein paar negative Punkte gehabt, man hat Items verloren, und, äh, das war, das Spiel war geil, muss ich sagen, wer's gespielt hat, schreibt mal unten rein, und wenn ihr auch Spiele hattet, wo ihr wirklich Schiss dabei hattet, schreibt's auch mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren, und ich hoffe nicht, dass jetzt alle ankommen, Slender, 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 so, 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 macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.